Ja, hallo Julia, wir hocken wieder zusammen, wir haben eine neue Folge, die zweite in der dritten Staffel, das heißt, die insgesamt 22. Folge, das heißt, wir können eigentlich einen Schnaps danach trinken. Sehr gut, hört sich gut an, wir nehmen nachmittags auf, also kurz vor Feierabend, deshalb das macht man gleich danach. Und wir haben tatsächlich letzte Folge über Sparen geredet und Lukas hat mich schon ausgelacht, aber so als Banker sagt man immer so, wer nicht vorsparen kann, muss nachsparen, heißt, es ist von den ganzen Krediten, die redet, von Konsumkrediten, genau das reden wir, über die Schuldenfalle, wie man da wieder rauskommt, wie man da reinkommt. Genau, in der letzten Folge ging es um Bausparen, auf diese Steine können sie bauen, ist da so ein Werbeslogan. Wir wollen euch heute versuchen, den Grundbaustein finanzieller Stabilität näher zu bringen. Also was heißt das Ganze finanzielle Stabilität? Es ist vielleicht auch ein bisschen ein unangenehmes Thema, aber wir sind ein Podcast, ihr könnt sonst ganz unabhängig hören und deswegen sprechen wir das jetzt auch ganz direkt auch an. Und ja, was ist denn eigentlich, wenn die Schuldenfalle zuschnappt? Ja, wie entsteht überhaupt so eine private Schieflage, Julia? Also ich finde, das ist, das passiert super schnell. Also man braucht nur, wie leicht kann man mittlerweile ein Abonnement abschließen? Also ganz ehrlich, wenn man hier, ich werde regelmäßig auf Apps gefragt, wollen Sie auf die Premium-Version holen? Ist nur drei Euro im Monat? Ist da nur ein Euro, da nur ein Euro? Das sind ja schon ganz viele kleine Beträge, die natürlich sich in der Summe sammeln. Wenn man da einfach, wir kommen dazu dann auch später einfach da, seine Finanzen nicht im Blick hat und auch ein Haushaltsbuch führt oder halt einfach eine Ein- und Ausgabenrechnung für sich mal hat, dann funktioniert das super schnell. Auch wenn wir jetzt, bei uns ist es gerade Ende November oder der Dezember steht jetzt gerade vor der Tür, heißt letzte Woche war Black Friday, die Woche war Cyber Monday. Auch das sind so solche Fallen. Viele Rabattangebote, wo man sich ja super viel Geld sparen kann. Aber auch da natürlich mit jedem Produkt oder mit jedem Konsum halt mehr sind es halt einfach manchmal Beträge, die man sich da verführen lässt und sich die eigentlich diesen Monat nicht leisten hätte können. Gleichzeitig das Ansprechen mit diesen Deals. Oft ist man online oder ja irgendwo am Warenkorb und dann kann man noch schnell eine Kreditkarte abschließen und mit der Kreditkarte dann gleich noch den Einkauf bezahlen. Und an jeder Ecke im Internet kriege ich ein Angebot für die billigsten 10.000 Euro so ungefähr. Ja, also überall lauert eine Kreditkarte oder ein Kredit, was ja grundsätzlich auch seine Berechtigung hat. Aber wenn ich da dann immer Ja sage und sage, okay, jetzt hole ich mir vielleicht noch die neueste Playstation oder ich will mir jetzt einen E-Scouter holen. Also ohne diese Waren jetzt irgendwie als Beispiel zu verwenden. Aber wenn ich halt zu sehr in dieses Konsumverhalten abdrifte und das dann nicht mehr aus meinem Ersparten und aus meinem Vermögen bezahle, sondern dann über einen Kredit mache und das dann, das ist wie so eine Spirale. Ja. Und das ist das, was mir damals in der Beratung auch aufgefallen ist. Das ist halt eine Spirale, besonders dann, wenn man im Dispo landet. Im Dispo ist so, also ich finde das was Positives, dass man einfach mal flexibel auch ist. Man kennt es, wenn mal die Autoversicherung dann abbucht und das nicht gleich alles zurückgegeben wird, sondern okay, man hat dann einfach mal einen kurzen Zeitraum, den mal im Minus ist. Man kann ihn dann auch wieder mit dem Ersparten wieder ausgleichen. Aber es sollte einfach nur als Flexibilität genutzt werden. Aber es passiert auch, dass man sagt, okay, besonders wenn man, man kann ja seinen Dispo auch hoch ausreizen, wenn man sagt, ein ganzes Gehalt oder sein doppeltes Gehalt. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Bank so mitspielt oder was deren Vorgaben so sind. Aber sagen wir jetzt mal einfach mein Gehalt, ein ganzes Gehalt von mir ist mein Dispo. Und wenn ich natürlich das alles ausreiße, heißt es jeden Monat für mich, mein Dispo ist auf, keine Ahnung, sagen wir mal 2000 Euro, kommen meine 2000 Euro Gehalt dann drauf und dann bin ich auf Null. Aber meine ganzen Kosten kommen ja trotzdem, meine Versicherung wird trotzdem abgebucht. Heißt, man ist dann schon in einer Schuldenspirale gelandet. Ja genau, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Man braucht dann wieder so lang, bis man wieder in diesem normalen, in dem Guthabenbereich ist, weil ja ständig laufende Kosten kommen. Jetzt haben wir vorher die Abonnivores angesprochen. Man hat da ein Konto und da ein Konto und dann bucht die Kreditkarte ab. Und das führt einfach dazu, dass es immer schwieriger auch wird, aus diesen Schulden rauszukommen. Und du hast vorher ein Haushaltsbuch angesprochen. Das ist auch vielleicht nicht so ein tolles, cooles, hippes Thema. Ein Haushaltsbuch wird sich erstmal irgendwie so ein bisschen, ja das hat die Oma gemacht oder die Mama und Papa machen das. Aber ein Haushaltsbuch ist echt für jeden was. Man muss sich einfach mal überlegen, für was gebe ich Geld aus? Ja, was habe ich für Ausgaben? Was habe ich für fixe Ausgaben? Was habe ich für jährliche Ausgaben? Was kommt jeden Monat da so zusammen? Ich mache es, also ich buche sehr viel über meine Kreditkarte und habe dann einmal im Monat die Abbuchung. Und deswegen schaue ich mir ab und zu, das habe ich wirklich jetzt alle zwei, drei Jahre einmal gemacht, weil man sein Konsum oder sein Ausgabeverhalten auch verändert. Einfach mal die letzten drei Monate Kreditkarte anschauen und sagen, für was gebe ich alles Geld aus? Wie oft gehe ich zum Essen? Wie oft bestelle ich bei Amazon? Wann gehe ich zum Mediamarkt? Und wie oft quitte ich irgendjemandem was oder so? Also das sich mal vor Augen zu führen und das bringt einen echt wahnsinnig viel, dann weiß ich zumindest schon mal, wie die Ausgabenseite ausschaut. Ja, ich finde, ich habe das schon in der Ausbildung damals gemacht, weil ich finde, desto weniger Budget man irgendwie so frei hat, desto besser wirtschaftet man das mit dem. Also das hatte ich so das Gefühl, als so die, was man nach der Ausbildung dann die ersten großen Gehälter dann kam, war ich da viel spendabler, also bin ich da ehrlich. Und habe aber dann relativ schnell gemerkt, so ups, okay, ich muss mich wieder bremsen oder ich muss einfach mal wieder sagen, okay, so viel kostet mich mein Auto im Monat, so viel. Jeden Monat werden die Versicherungen abgebucht. Also erst mal die ganzen fixen Standardkosten, Fitnessstudio, Spotify-Abonnement, also das alles muss erst mal aufgezählt werden und dann kommt eine Summe zusammen. Dann, was ich auch unbedingt gemacht habe, ist, wie viel möchte ich denn im Monat sparen? Alleine schon aufs Sparbuch, wo ich sage, ich will in den Urlaub fahren, einmal Minimum einmal im Jahr, das möchte ich mir leisten. Ich spare ein bisschen zur Seite, weil Autoversicherung kommt zweimal im Jahr groß. Da weiß ich, das kann ich nicht von meinem monatlichen Gehalt zahlen, da werde ich auf mein Sparbuch zurückgreifen müssen. Und all das muss auch eingeplant werden. Und dann kommt meistens oder hoffentlich ein Plus dabei raus. Und das ist so das Geld, was ich zur Verfügung habe, eigentlich im Monat. Ja. Und man muss sich das auch mal nur überlegen, wenn man mal den psychologischen Effekt sieht. Einnahmen und Ausgabenliste, ich würde jetzt mal eine Wette eingehen, die Ausgabenliste ist bei jedem viel, viel länger, weil sie viel, also kleinere Beträge, mehr Posten kann man nicht so gut handeln, wie einmal im Monat kommt das Gehalt. So ein großer Wartzen, sage ich jetzt mal so. Und davon muss ich viele kleine Rechnungen zahlen und davon wird viele kleine Sachen aufgeteilt. Da der Bäcker, da das Sky-Abo etc. Und das ist viel schwerer zu handeln, diese kleinen Beträge richtig einzuschätzen. Und deswegen einfach auch mal eine Summe bilden, mal schauen, was kommt da. Die Jahresbeträge vielleicht auch mal auf Monatsbeträge runterbrechen und sich auch mal bewusst sein. Ausgaben bzw. Geld führt zur Verantwortung, wenn ich mehr Geld habe, gebe ich vielleicht auch mehr Geld aus, aber da muss man mit mehr Geld umgehen. Ja, kommt ein Auto dazu, kommt eine Wohnung dazu oder kommen irgendwelche anderen Güter dazu. Da muss ich mir halt auch Gedanken machen, was will ich, wenn ich mir einen gewissen Standard leiste, muss ich vielleicht auch auf der Einnahmenseite nochmal was tun. Sei es zusätzliche Trainerjob annehmen oder Minijob oder an seiner Karriere arbeiten etc. Aber das ist immer viel, viel schwieriger, wie die Ausgabenseite zu kontrollieren. Ja. Jetzt haben wir schon ja den ersten Tipp eigentlich schon gegeben, wie man so eine Schuldenfalle grundsätzlich vermeiden kann, indem man seine Finanzen im Blick hat und sich das mal vor Augen führt. Aber was ist jetzt, wenn ich schon in Schieflage geraten würde? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel von mir von vorhin so, ich reize jeden Monat meinen Dispo von 2000 Euro aus und verdiene nur 2000 Euro. Wie soll ich diese 2000 Euro überhaupt jemals wieder, wie komme ich wieder ins Plus? Also ich würde sagen, vielleicht nicht der erste Weg. Also es gibt, jeder hat so Vertrauenspersonen, mit denen er über so Sachen spricht. Es ist ein sehr unangenehmes Thema. Es können die Eltern, es können die Freunde sein, es kann vielleicht auch eine andere Vertrauensperson sein. Es sollte aber auch jemand sein, der sich auch was Finanzen und das Ganze angeht, auch auskennt. Idealerweise habt ihr einen guten Bezug zu eurem Bankberater, dann sprecht mit ihm. Sagt ihm so und so, es kommen jetzt ein paar Spitzen auch zusammen oder ich habe mich in den letzten eineinhalb Jahren vielleicht ein bisschen gehen lassen auf dem Konto. Ich möchte das Ganze wieder im Brief begeben. Und deswegen, Bankberater würde ich auf alle Fälle mit als Bezugsperson mit aufnehmen, sprecht es damit. Das sollte einer der Ansprechpartner sein, wo ihr sowas machen könnt. Aber es gibt natürlich auch Lösungen auf der Produktseite, beispielsweise Verbraucherkredite. Aber Julia, das ist dein Steckenpferd. Warum jetzt eigentlich nochmal einen Kredit aufnehmen? Ja. Also ich hatte tatsächlich ein paar Kunden oder regelmäßig Kunden, die genau in diese Schieflage gelangt sind. Und da ist es einfach so, es hilft jetzt nichts, der Dispo-Kredit muss erstmal auf Null gestellt werden. Heißt, man braucht dafür nochmal einen Kredit. Und das war ja mein Eingangssatz, wer nicht vorsparen kann, muss leider nachsparen. Das heißt, man nimmt einen Kredit nochmal auf, beispielsweise deckt damit die 2.000 Euro und zahlt dann in Raten, keine Ahnung, lass das 50 Euro sein, 25 Euro, was man sich ja gerade leisten kann und was auch beim Kredit möglich ist. Und dann zahlt man das halt langsam ab. Und das ist viel besser und das kann man viel besser handeln, als auf einmal diese Riesensumme mit 2.000 Euro zu haben, anstatt jeden Monat 50 Euro dann einfach zu sparen, in Anführungszeichen. Und man muss auch sagen, diese Verbraucherkredite haben in dem Sinne einen Vorteil zum Dispositionskredit, weil der Zinssatz oft viel besser ist. So ein Dispo-Kredit ist schon ganz schön teuer und deshalb spart man sich ja auch dementsprechend auch Zinsen. Also muss da auch nicht so viel an die Bank zahlen. Genau. Aber was kann man denn noch so machen, Lukas? Genau. Vielleicht noch ein Aspekt dazu. Man kann auch durch so einen nochmaligen Kredit, Verbraucherkredit, auch mehrere Kredite vielleicht auch zusammenfassen. Dann habe ich nicht so viele Baustellen, so viele, ich sage jetzt einmal, ja, Gläubiger in dem Sinne, sondern habe einen Ansprechpartner, mit dem ich das Ganze regelt. Ein weiteres Thema. Ich habe vorher was von Ansprechpartnern gesprochen. Es gibt auch soziale Einrichtungen, die ihr ansprechen könnt. Es gibt eine Schuldnerberatungsstelle. Es ist eine ganze offizielle Stelle. Wird vom Staat oder von sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Beispielsweise die Caritas bietet sowas. Das ist auch eine ganz unabhängige Stelle, wo ihr euch beraten lassen könnt, wenn ihr wirklich mal nicht mehr weiter wisst. Und dafür sind die auch da. Also das ist, wie das Wort schon sagt, eine Beratungsstelle, wenn ihr einfach zu viele Schulden habt oder wenn ihr Schulden habt und die helfen euch, da rauszukommen, euch zu unterstützen. Und ich glaube, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Erbesserung. Ja. Und das ist, wir waren tatsächlich in der Berufsschule, damals in der Ausbildung bei so einer Schuldnerberatung und der hat uns das mal erklärt. Und das ist jetzt halt nicht so, wie das war unser Eingangsbeispiel, wo es sich auch da wieder in Anführungsstrichen nur 2000 Euro und kriegt man relativ schnell gelöst. Zu ihnen kommen meisten Personen, die wirklich mehrere Schuldner haben. Also wo teilweise dann auch Pfändungen da sind, wo, ja, das schon auf die Gesundheit, auf die Psyche geht, weil so finanzielle, wenn man finanzielle Schwierigkeiten bekommt, das nagt an einem, das nagt an der Familie, das ist wirklich, das hat viel mit Existenzängsten zu tun, das ist wirklich nicht lustig. Und dafür sind einfach so Schuldnerberater da, die begleiten einen dann auch zu Banken, helfen, vermitteln. Und ist da wirklich eine lobenswerte Arbeit. Und auch aus Bankssicht kann man genau solchen Personen helfen, die wirklich viele Pfändungen da haben. Was gibt es denn da von Bankseiten aus? Genau, es gibt das klassische P-Konto, das Pfändungsschutzkonto. Das ist sogar gesetzlich geregelt, jede Bank muss sowas anbieten. Ich sage jetzt mal so, wir machen das auch gerne, weil wir unterstützen die Kunden ja auch dabei, wenn ich, der Grundauftrag von diesem Konto ist. Jeder Mensch hat ja auch einen gewissen, ja, er hat Lebenshaltungskosten, er muss sich ernähren, er muss wohnen, er hat auch ein Recht auf Bildung, Zeitung lesen etc. Das sind so verschiedene Themen, die einfach jeder hat. Das sind Fixkosten, die kann ich nicht irgendwo auch noch jemandem geben, bloß weil ich bei dem Schulden habe. Ich muss auch noch leben. Ich weiß, was du meinst, aber es gibt einfach so Grundbedürfnisse, die müssen abgedeckt werden mit diesem Freibetrag. Und der Freibetrag ist aktuell 1.340 Euro je Kalendermonat und man kann den auch mit gewissen Bescheinigungen erhöhen. Je nachdem, hängt auch zusammen mit Unterhalt, Sozial-, Asylbewerberleistungen und auch wenn man sagt, man hat Kinder, man hat, kommt noch andere Leistungen oder muss andere Menschen mit ernähren oder unterstützen. Da ist ein bisschen eine Variable drin, aber so grundsätzlich. Und das kann nicht gepfändet werden, dieser Betrag. Dieser Betrag steht nur für die Person zur Verfügung und für niemand anderen. Also auch wenn ich bei jemand anderem Schulden habe, der kommt an diesen Betrag nicht ran. Und das ist eben dieser Schutz dabei und den bieten wir als Bank auch an. Und trotzdem muss man natürlich, das P-Konto ist jetzt kein Freifahrtschein, man muss natürlich trotzdem schauen, dass das besser wird. Aber es hängt ja auch mit der gewissen Privatinsolvenz zusammen. Und Julia, was heißt denn eigentlich Privatinsolvenz? Genau. Also nicht alle, die ein P-Konto haben, sind gleich Privatinsolvent. Aber sozusagen, das ist so die allerallerletzte Stufe, wenn man wirklich von seinen Schulden so übermannt ist, dass man einfach sagt, okay, ich muss mich jetzt als Person einfach mal auf Null stellen. Ich will von vorne anfangen. Das ist sozusagen der Grundgedanke oder das Ziel. Und da ist es so, wir haben ja von diesen Schuldenberatungsstellen gegangen, da ist es zwingend notwendig, dass du dir erst zu so einer Beratung gehst. Da kriegst du auch eine Bescheinigung für, dass du doch da warst und dich beraten hast lassen. Und dann dieser ganze Prozess dauert so, man sagt, also Verbraucherinsolvenzverfahren nennt man das, dauert so ungefähr drei Jahre. Also heißt, in diesen drei Jahren wird schon geschaut, dass du deine Schuldner irgendwie begleichst. Und mit was kann man das begleichen? Na, mit dem, das bisschen Restvermögen, was dir noch geblieben ist. Also es werden dann beispielsweise, wenn man Eigentümer ist, also man hat ein Haus oder eine Wohnung, dann werden natürlich die dann verkauft. Aus diesem Geld, was daraus bezogen worden ist, werden die Schuldner dann bezahlt und so weiter. Und dann, nach diesem ganzen Verfahren gilt man dann oder kann man dann von neu beginnen und diese Schulden sind dann sozusagen weg. Aber damit es nicht so weit kommt, gibt es auch, ja, ich sage einmal beim Konsumverhalten, wir haben es vorher schon mal gesagt, wenn man zu viel konsumiert, kommt man in so eine Spirale. Es gibt auch, wir haben als Bank natürlich auch, wir müssen die Wirtschaft ja irgendwo auch stabilisieren. Wir haben einen gewissen Grundauftrag und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, dass das nicht zu schwerwiegenden Fällen kommt. Und wir versuchen durch den Schufa-Score beispielsweise, die Schufa, da kann man jetzt sagen, was man will darüber, aber für uns als Bank ist es grundsätzlich einfach mal eine Auskunftsdatei, die uns Informationen über unsere Kunden gibt. Wenn wir neue Kunden haben, können wir dadurch beispielsweise erfahren, wer ist der Kunde, was macht er denn, hat er vielleicht irgendwo schon einen Kredit, ist er irgendwo auf Miete, hat er eine Kreditkarte und diese Datei gibt uns einfach die Möglichkeit, den Kunden, naja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, auch erstmal einzuschätzen. Jeder, der sich normal verhält oder nicht auffällig ist, hat mit der Schufa kein Problem, weil dadurch nichts raus, also da kommen keine schlechten Themen raus. Wer natürlich verhaltensauffällig ist, hat entsprechende Einträge und es wird halt dann auch immer schwieriger, das muss man offen ehrlich dazu sagen, schwieriger einen Kredit zu bekommen und deswegen sollte man halt da auch versuchen, es nicht verhaltensauffällig zu sein. Genau. Und verhaltensauffällig, ich habe jetzt ein bisschen recht kryptisch ausgesprochen, was soll das heißen? Ja, also es ist so, auch wie du ja schon richtig gesagt hast bei der Schufa, wenn ich meine Kredite nicht zahle, ein Kredit ist gar nichts Schlimmes, ist ja meistens auch manchmal notwendig, wenn man einfach, wer hat denn schon einfach mal lockerflockig hier mal 10.000 oder 20.000 mal da, dafür braucht man einen Kredit. Wenn man den monatlich sauber zurückzahlt, das ist positiv. Und dafür gibt es entweder einen guten Schufa-Score oder bei den Banken wird auch gesagt, dass es ein gutes Rating gibt. Auch ganz normal wäre mit dem Girokonto. Heißt, wenn ich, also zum Beispiel Überweisungen nicht durchgehen oder die Versicherung nicht bei mir abbucken und das ist alles negativ, beeinflusset mein Rating auch negativ, kann dann die Bank sagen, hey, okay, also du hast irgendwie, kannst du nicht so gut mit deinen Finanzen umgehen, deshalb kriegst du von uns ein schlechtes Rating und deshalb kriegst du auch von uns keinen Dispo-Kredit. Weil wir sehen, du kannst damit nicht so gut umgehen, du musst dich erst mal beweisen, bis das wieder ein positives Rating ist. Jetzt vielleicht ist es ein guter Punkt, über unsere Erfahrungen so grundsätzlich zu reden, weil, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, mir ist das noch nie passiert, dass ich jetzt mal mehr konsumiert im Monat habe als das, was ich sozusagen als Gehalt irgendwo habe. Das passiert mal schnell und man sagt auch, bin ich ehrlich, das passiert mir gefühlt regelmäßig irgendwo, wenn es um Weihnachtsgeschenke alleine schon geht. Weil dann denkt man so, ja, okay, der braucht noch was und da will ich noch mal was und vielleicht will ich an Weihnachten was Besonderes tragen, keine Ahnung, oder brauchst du zur Silvesterparty irgendwas. Und das sind einfach teure Monate. Und für das spare ich aber natürlich beispielsweise im Oktober, wenn irgendwie nichts ansteht, habe ich halt dann mehr einfach auf dem Konto dann übrig oder sage dann bewusst, okay, ich spare was auf mein Sparbuch, dann muss ich es davon auch nehmen. Und ich finde einfach so ein Haushaltsbuch, das darf man auch schon mal regelmäßig mal machen. Also nicht nur einmal angelegt, sondern ich mache es eigentlich schon gefühlt alle halbe Jahr mal, dass ich nochmal alles mal durchrechne, weil es passiert immer wieder mal, dass irgendwelche Beiträge sich erhöhen und dann kommt es so schleichend, dass auf einmal die Rechnung nicht mehr stimmt. Wie ist es bei dir, Lukas? Ja, also voll bei dir. Dezember und Januar sind eigentlich die krassesten Monate. Also man fährt jetzt vielleicht im Sommer nochmal irgendwo in Urlaub, dann ist das auch nochmal so ein Monat. Aber es fängt echt tatsächlich mit der Black Week an. Man kauft sich echt, man kauft sich eigene Geschenke, man kauft für die Liebsten, für die Freunde, für die Familie Geschenke. Dann geht man zum Essen, dann geht man auf die Weihnachtsfeier, dann geht man auf den Christkindlmarkt. Also es ist so viel, dann kommt Silvester noch, dann will man vielleicht noch zum Skifahren fahren. Skifahren wird auch jedes Jahr teurer. Und im Januar kommt dann noch die Autoversicherung. Also das sind Ausgaben, das ist wirklich übel. Vor allem wenn man dann so wie vier das 13. oder das Weihnachtsgeld im Sommer kriegt, dann ist der Dezember ein normaler Monat. Ja, das ist dann schon schwierig und da muss man sich echt auch zusammenreißen und dann das eine oder andere vielleicht auch mal nett machen oder im Januar dann ruhiger. Und ich bin ein Freund davon zu sparen. Also ich habe natürlich langfristige Sparen, um langfristige Ziele zu erreichen. Aber ich habe auch kurzfristige Sparen. Also ich spare mal 25 da, 50 da oder hin und her, dann ist das weg vom Konto. Weil was auf dem Konto ist, verbracht man ganz gern auch. Aber dann ist das weg. Dann ist das beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto oder auf einem anderen Sparkonto. Und wenn ich dann sage, wow, es war jetzt wieder so jetzt im Dezember oder Januar, dann überweise ich das Geld drüber auf mein Girokonto und das Thema ist durch. Also das ist halt auch ganz angenehm, wenn ich sage, dafür tue ich auch kurzfristig sparen. Es gibt langfristige Sparen und das Geld hört man nicht ständig ran, weil sonst hat man auch nichts. Aber dafür tue ich auch kurzfristig sparen und genau. Und vielleicht schmunzelt der eine oder andere jetzt beim Zuhören. Im Hier und Jetzt Leben ist ja ein schöner buddhistischer Ansatz. Aber man soll es nicht übertreiben, wenn ich jeden Tag oder jeden Monat von der Hand in den Mund lebe und nicht spare und nicht langfristig was auf die Seite lege, dann werde ich mir auch nie große Ziele irgendwo, ja, werde ich nicht erreichen. Also so ein großes Auto oder wirklich die Eigentumswohnung oder wirklich mal ein langer Auslandsaufenthalt. Also da hat ja jeder andere große Ziele. Das kommt mit großer, ja, ich sage jetzt mal Verantwortung oder mit großen finanziellen Verpflichtungen einher. Und deswegen ist es schon auch wichtig. Klar, hole ich mir gerne mal die Dewey-Kaste, wenn ich danach Lust habe. Aber ich muss halt auch langfristig denken und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich weiß nicht, wer uns letzte Woche schon gehört hat, aber der müssten unsere zwei Live-Hörer auch dieses Mal kennen. Eveline und Julia sind auch dieses Mal wieder dabei. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie die gerade so zum Thema stehen und was deren große Ziele ist, wo sie gerade so hinsparen. Weil die sind ja in einer ganz anderen Situation wie wir zwei gerade. Hi, hier ist Eveline. Ich bin jetzt vor kurzem 18 geworden und bin jetzt im zweiten Lehrer und arbeite jetzt schon seit einem Jahr und habe mir jetzt ein Jahr was immer zur Seite gespart, damit ich mir jetzt auch ein Auto kaufen konnte. Und jetzt, also mein nächstes Ziel, ist es jetzt, ich spare gerade einen Bausparer ein, damit ich mir irgendwann mal ein Haus bauen kann. Hallo, ich bin die Julia vom letzten Mal und ich bin jetzt mittlerweile 18 Jahre alt und klar, in unserem Alter denkt man zwar noch nicht so oft an die Zukunft und was vielleicht alles noch kommen könnte, aber ich meine, jeder will mal ein Haus haben, seine Eigenwohnung oder sein Eigenheim selber bauen und genau, da spare ich gerade drauf. Cool. Ja, das sind auf alle Fälle langfristige Ziele. Wir hoffen, mit der Folge euch auch ein bisschen Mut gegeben zu haben, wenn ihr gerade in so einer negativen, schlechten Phase seid. Das ist nichts Schlimmes, das gehört auch irgendwo dazu. Die Erfahrungen muss man vielleicht nicht machen, aber kann man machen und deswegen geht es auf euren Berater zu. Könnt auch gerne auf die Schuldnerberatungsstelle oder auf die Caritas zugehen. Sprecht mit einer Vertrauensperson darüber und reißt ja den Kahn rum. Und ja, viel Spaß beim Sparen und Julia, geht es weiter. Die neuen Folgen gibt es erst im neuen Jahr, 2023, in zwei Wochen wieder, ganz normal. Dann kann ich euch nur noch frohe Weihnachten, ein entspanntes Silvestern wünschen und wir hören uns mit einem sehr, sehr spannenden Thema wieder zurück. Wenn ihr Fragen habt, wie immer auf Instagram at vr-bayern-mitte. Bis bald. Ciao. Ciao.